Die Herausforderungen des Alltags erfordern hochwertige Kleidung, designed für Bewegung. Kleidung, die zur Gemeinschaft beiträgt. Bei ID.Identity kreieren wir Corporate Wear, die Saison über Saison hält. Waschgang über Waschgang. Kleidung, die innerhalb und außerhalb der Arbeitszeit getragen werden kann. Alles beginnt mit einer Idee, die Wirklichkeit werden soll. Das erfordert ein zeitloses Design und ein Auge für die ganz kleinen Details. Unternehmen europaweit zu bekleiden, erfordert die richtigen Leute mit dem richtigen Überblick. Menschen, die einen Eindruck hinterlassen auf jedem einzelnen Kleidungsstück. Gemeinsam bewegen wir uns vorwärts, wenn das große Puzzle aufgehen soll. An jedem einzelnen Tag. Und am Ende muss das, was wir tun, einen Unterschied machen, wo es von Bedeutung ist.